herrliche not herzlich willkommen zurück zu uhrc das waren zehn sekunden pause wir werden besser merkst du ja ja wir werden definitiv besser wo sind hier das optimal hier optimal schau es dir an ich habe 16 euros optimal die wohl hattest du weggeschmissen die liegt irgendwo im wasser ja alles klar ich würde sagen wieder hell werden nehmen unsere workbench mit und die öfen auch ja so genau wir durchkämmen jetzt die wüste und wer diese anspielung nicht verstanden hat auch achtung können wir nicht einfach dort sein bis es tag wird aber haben wir sind so viele sachen skelette und alles und ausvertrag wie sie gekaltet hier lightning oh mein gott ein skelett pferd hätten wir einen satteln ich würde dieses geld nehmen einfach nur weil weil überhaupt und so da unten sind schweine um die kümmerst du dich und ich kümmer mich um den zombie ja ich kümmer mich mit schweine also ihr schweine gut tag schön dass es euch gibt danke dass ihr uns nahrung gibt gibt du hast eins zu mir geschickt ein bisschen gedanken kannst bitte tag werden danke so dass noch ein creeper line ja ich hoffe der wird jetzt nicht gleich durch ein ding ins gecharge das wäre natürlich extrem unfortunate boom du hast ein herzchen verloren ja das ist ja noch gut im gegensatz zu mir und unausweichlich gewesen vermutlich schon hätte ich noch mit meinem die ganz geblockt wartet da oben ist auch einer hier unten das sieht nicht nach einem spawner aus warte mal das ich würde sagen wir bauen uns einfach mal runter spaß es habe weil wir auch noch gold brauchen aber hier der ganze sandstone kann weg sand kann weg alles klar ja das ist schön ich baue mich ja mal langsam aber sicher runter alles klar nimm das eisen mit oh hier ist eisen ja gut okay warte ich glaube da vorne ist lava wenn ich das richtig sehe du hast den wasser einmal ist hier viel eisen oh mein die ist ja noch schön gewesen ja wir hatten doch erstmal gesagt erst mal 26 eisen pro person und dann reden wir über die aus ja also 26 die das man auch schön reicht für die erschwert und komplette die arrestung naja wobei man muss ja auch ein paar anforderungen haben ja eben eben ich meine das wäre ja total easy wenn wir jetzt mega oberfahrt werden aber sind wir natürlich nicht du folgst einfach den fackeln ja ich mache erst mal hier oben ein bisschen klar schiff ein bisschen aufräumen ich bin ja noch ganz oh man schreibt mich an warum schreibt man mich jetzt auf steam an ich kann doch jetzt nicht das ist auch alles nur ablenkungstaktik die wollen mich raus bringen ja klar es ist patrick ok hey 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 ich glaube ich hab ihn nicht mehr auf steam die hühle ist geblocktâm zu sitzen, kann ich mich imHD am ohr ums eisen kümmern so viel viele kohle ist gut ne ja hier unten ist ein lava bucket hier sind zwei lava buckets da vorne sehe ich eisen und kohle alles klar bleiben trotzdem noch einen moment hier und schauen uns mal an dass wir hier noch mal einbauen ich weiß nicht was andreas macht aber er hat einfach überhaupt noch alle herz und eva auch die springen nicht irgendwo runter oder rennen nicht gegen kakteen so etwas machen ja weiß ich auch ein zombie ja es sollte aber alles weit weg von uns sein du bist in einer höhle nein 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 ich meine nein neben uns noch eine große vielleicht sogar landen das meine ich doch nein ich meine das in den krieg von dem hier muss irgendwo eine höhle sein okay meine pick ist kaputt aber zum glück habe ich noch ja das war bestimmt der körper den ich gehört habe die machen ab und an auch mal geräusche das war eine spinne das kann natürlich auch sein ja ich würde sagen wir gehen noch mal zurück das wasser kann man eigentlich ausstellen lasst mal das wasser ausstellen ich mache mich doch nicht lustig ich doch nicht wer bin ich denn die ganze zeit zombies ich finde das nicht in ordnung macht mich voll nervös hier bitte sehr gut ein hütchen dankeschön so 1,6er attack speed und 6 attack damage jetzt wollte ich mal eben gucken was man für ein schild braucht nicht schiebt sondern schildkampf da haben wir es was braucht man dafür fünf holz und einen eisenbarren das ist doch machbar also ich finde das ist machbar so meine sehr verehrten damen und herren brauchst du eisen habe ich gerade schon einen genommen ja ich habe auch noch fünf oha ja große ereignisse werfen ihren schatten voraus hier äh so wie sehe ich aus sehe ich sehe ich gut aus ja großartig siehst du finde das auch so jetzt habe ich sieben eisen ok ähm ich würde trotzdem sagen ich lasse erstmal solange wenn ich im combat sind das schild raus lass es aber in der nähe meiner äh jetzt ist jetzt hat patrick ist ja wieder drin lol so patrick muss man zuschauermodus gehen aber jetzt haben eva und warte mal hier du brauchst wahrscheinlich mehr eisen als ich gerade ähm ich geh mich nochmal umgucken hier und äh eventuell soll ich mir noch kraften aus den eisen ähm ja keine ahnung was du was du für einen kampf brauchst halt ne ich hab was für euch denn für einen kampf das weiß ich ja nicht was du brauchst ähm was hab ich jetzt alles so ok alles klar was ist da hinten hier ist auf jeden fall jede menge eisen oh mein gott hier vorne äh warte mal licht aus licht aus licht aus licht aus licht aus licht aus ähm aber keine fackeln stellen siehst du das da hinten ja also ab jetzt nicken damit wir äh hier unerkannt bleiben ja äh ok alles klar bleibt mal bei mir ja wir dürfen uns jetzt nicht trennen hier äh ich glaub das könnte fatal für uns werden das könnte von patrick und chase sein äh ne von conny weil er wurde ja vom creeper in die luft gesprengt und ich sehe auch ja keine namen hm ich ich würde glaub behaupten dass es von denen ist ja ich möchte trotzdem vorsichtig sein weil du weißt ja bitte mhm es ist ja ist ja klar safe and sorry alles gut ok warte da unten ist auf jeden fall gold ähm ich würde sagen wir checken erstmal ob da vorne irgendwas ist und dann checken wir weiter unten nach gold mhm und wie gesagt noch keine weiteren torches stellen bis nicht confirm dass das da vorne keiner ist aber oh gott oh gott oh gott oh gott stopp dasen Namen wo das ist team roth siehst du ganz, ganz sachte manchmal jetzt siehst es dass andreas das ist team rot ja da bin ich wieder okay du hast du hast jetzt pfeil und bogen das heißt ich habe ich wollte nicht es war unbeabsichtigt tut mir leid aber ich glaube er hat uns nicht gesehen du hast die zeit im blick bei der nächste folge ist na es kommt im chat die sollte eigentlich bald schon beginnen ich würde behaupten weil eva hatte ja kuh schubser gerade ja dann gibt sie unten nicht definitiv andreas und andreas hat so einen langen namen ja das ist der ja jetzt noch Was macht er? Sehe ich nicht mehr. Der ist ganz weit weg. Okay. Warte, 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 warte. Zurück, zurück, zurück. Da kommt was. Aber Andreas ist allein. Ja, oder die anderen sneaken auch. Wo bist du eigentlich? Ach, da hinten. Ich bin hier um die andere Ecke. Was ist das da? Nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen auch sneaken. Das kann natürlich ein Bait sein, ne? Oh my fuck, ich wusste nicht. Oh my fuck. Gesundheit. Ah, kacke. Wo? Gesundheit. Warte, da, da, da. Nein, nein, nein. Ich sehe die anderen. Alles klar, alles klar, zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. Ähm, breaching. Oh, sorry. Oh. Fuck. Ja. Wieso kriegen wir das denn nicht kaputt? Was auch da? Jetzt nicken sie. Ich habe jetzt Andreas nicht. Komm, 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 dich. Lauf, 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 lauf. Wir sind, äh, gegen drei schaffen wir nicht. Ähm, warte mal. Hast du Erde? Dann mach hinter uns mit Erde zu. Ich habe keine Erde, ich habe einen Erdblock. Und da ist meine Aufnahme schon wieder ausgefallen, weil ich aus Versehen dann nicht mehr rausgezogen habe. Ich würde sagen, wir bauen uns eine Spiral Case nach oben und versuchen High Ground zu bekommen. Hm. Zumindest wissen wir jetzt, wo Team Rot ist. Ja. Das heißt, wir müssen uns nur uns von Team Rot jetzt erstmal fernhalten. Ja, bis die sich halt, äh, selber weiter... Ah ja, das ist ja, ist ja im Moment erstmal egal. Die sind ja erstmal dort beschäftigt. Und wenn die zu tritzen, haben die ja noch mehr zu tun als wir beide. Ja, ja, klar. Die müssen halt noch mehr Gier farmen, ne? Hm. Also im Moment, glaube ich, liegen wir noch gut im Rennen. Ja, weil mein Herzen absieht. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das hat sich angehört, diese komischen Dinger aus, ähm, hier. Was ist das? Ich hab Angst. Was ist das? Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ah, nein! Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bin... Ich bin... ah, nein! Ich weiß nicht, dass ich hier... Und... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... jetzt sind sie zu dritt jetzt ja da war nix mehr zu machen ja werden werden alles hinter uns wieder zu bauen müssen wir sind voll übel viele dings manchen sind alles die siehst du jetzt erst richtig dann sehe ich jetzt gerade noch nicht so warum habt ihr hinter euch nicht so gebaut ja das habe ich mich gerade auch gefragt warte mal ich wechsle mal eben den channel dann wieder hoch warte ich ich komme gleich mit wir haben den ganzen kammer ausgelacht ich hab dich mal ausgedacht hinter mir so wir haben sie ganz hin und werfen aufreiben aber das machst du zufällig bei dem event dabei wo ich draußen mit ihr ich habe schon wieder die namen vergessen drücken echt leid wir haben nämlich ein skelett pferd getroffen und da gibt es so ein spezielles event wenn man jetzt da kommt schlägt ein blitz sein und dann bauen vier weitere mit skelettreitern drauf ja aber wir haben sie haben jetzt aber dann kurz dabei habe ich gesehen und dann haben sich die skelette gegenseitig totgeschossen werden wir schon weggerannt wir haben das wir haben das feinde bettet zwischen euch haben wir aus unterschiedlichen perspektiven aus der zuschauer perspektive ja wir sind wirklich gerade so reingetappt und haben dann zufällig gesagt ich mag die auflage vor allem ich habe es ganz aber elysia habt ihr mitgekriegt dass die euch verfolgt haben ja deswegen wir haben ja wir hatten sie ja gesehen wir hatten sie gesehen und ich habe mich gefragt warum bauen die nicht zu hinter sich warum bauen die nicht zu hinter sich ja mit kommst du brauchst dann halt schon irgendwas mit mit dort oder gebrannten ja eben deswegen hatte ich ich hatte das wo wir halt reingegangen sind das hatte ich ja mit der zugemacht aber auch nicht komplett und dann da wo wir uns dann hoch gesparelt haben das hatte ich dann auch noch mal mit dort zugemacht aber ja es wäre natürlich optimaler gewesen werden hätten wir noch irgendwie da ging es gehabt das hier der name vor allem wir hatten uns ja schon praktisch echt hart angeschlichen weil ich habe ich habe dies die deck gefunden ja ich war wollte eigentlich dass die die lava da wegnehmen und dann habe ich gesehen auf da vorne sind ja also coales und torches weil wir durch eine höhle durch eine andere höhle dahin gekommen waren weil wir wurden und dann habe ich das aber doch richtig gesehen dass naja das war das hat nämlich gesehen wie heute fackel geplandet hat und wir wussten auch nicht das war wir dachten zuerst die spectator haben sich da unten troll ausgedachten neben sofort ein platz ja klar wir treuen euch dann wollten wir selber in die höhle in der ihr dann halt verschwunden seite bei rechts daneben an ist nämlich in sport gewesen und da wollte andreas zuerst hin mit zwei skeletten so bei andreas und also in andreas team waren innerhalb von 100 blöcken vier oder fünf spawner gesagt ich hatte die spawner dicht hatte ich hochgesetzt hier in der map das hier im mehr wir hatten alles schon vorbereitet und und dann habe ich das dann habe ich doch direkt darunter wo ihr gebaut hatte da war mega viel gold und da wollte ich eigentlich hin und ich halte die ganze zeit am und ja dann dann haben wir einfach gesehen wie sie auf einmal dann halt wirklich drei namen auf uns zukam und wieso auch fack fack raus weg schnell aber ohne spaß skelettpferde ich meine ich habe die patch notes wo ich der meinung damals geguckt aber von skelettpferden habe ich noch nie was gehört du hast die der schild bauen kann geschweige denn dass wir so weit gekommen werden ist gott das code abgeschmiert also der sprache auf ihn zu schlagen ich war das ist immer noch mein team ich werde die haupt die haupt verdienen ja jetzt hat er gerade vorgeschlagen vielleicht machen wir wirklich noch eine zweite episode das wäre lustig das war doch schon bei ihr episoden mehr wenn jetzt noch mal neu ja genau ein rematch zu sagen da könnte man sich ja drüber reden ja mal eigentlich hat er gesagt drei stunden nehmen wir haben ja jetzt noch noch zwei stunden überrichter von der wasser wasser ganz schlechter gedanken nein wir folgen also machen wir noch mal kurz wieder jetzt wie seit wann droppen nicht mehr alle bäume äpfel äh seitdem es unterschiedliche bäume gibt ne doch natürlich ich glaube schon unserem server droppen immer alle bäume äpfel äh äh ne wir haben einen guten alten vanillaserver gehabt und da haben immer alle bäume wir haben ja wir konnten uns immer vor äpfeln nicht retten so viele bäume wie es da gab ha ich werde dich rächen oh das war der falsche ich werde dich rächen ey wir erst mal gucken verdammt sind alle gegen mich welche und welche äpfel regenerieren leben die mit gold barren oder die mit gold blöcken die mit gold barren weniger als die mit gold blöcken die mit gold blöcken sind hier nicht drinnen die haben wir rausgenommen was was also die op öpfel sind hier nicht drinnen das heißt ja die sind irgendwie in regeln ich hab explizit rausgenommen habe ich nichts aber ich glaube nicht weil du hast level 2 tränke rausgenommen glaube ich nein ja also in den regeln also ich hatte ich hatte ja fast den 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 einiges den bieten ohne schwert das ist unfair was ohne schwert na gut nimm das schwert da weg ja schlag halt weit auf den trotzklinger ein wirst du das ist schläge der liebe du hast mich auch schon gehauen Martin ja das war aus Versehen du hast dir selbst mehr leben abgezogen als mir nein das stimmt ich bin mehrmals schon gegen kaktus gelaufen ich bin gar von beiden seiten geboxt selbst wünschen Leute Hilfe und wer hat in der wüste aus cobblestone so ein block gebaut mit fucker was ich nicht hä was in der wüste gebaut wir waren in der wüste wir haben nichts gemacht da steht mitten in der wüste stehen so an einem ort so richtig viel viele fackeln und so aus cobblestone so ein block wir haben ganz viele öfen platziert ne aber hier zum beispiel können wir kurz zu mir teleportieren wer spricht Conny das ding davon stehen mehrere einfach stumpf in der wüste rum ach so ja das das war unser erster shelter für die erste nacht ach so ok ok ja wir hatten da vorne auf der anderen insel angefangen ach das ist da wo die ganzen fackeln aber zufällig dass wir uns überhaupt gefunden haben ich meine es ist schon recht groß ne dass wir uns so zufällig sind ja wie lange dauert es bis die welt sich äh die grenze jeweils sich verkleinert ja die geht konnte wird kontinuierlich kleiner ich dachte immer alle 20 minuten ne ich dachte ja alles stimmt jetzt sehen wir jetzt können wir das ja alle 20 minuten machen wir werden ja nach 40 minuten fertig ne ich dachte erst das was wollte ich sagen das im genan drei stunden dann plötzlich das einfach auf 50 bei 50 runter gerett wird und wenn wir interpretiert werden wie so eine arena oder so wird man könnte man dann theoretisch einfach ganz plötzlich random von der world border fallen wenn ich sagen wenn ich nicht auch dahinter die die löst ja nicht die welt aus oder du kannst einmal nicht weiter laufen okay ja du kannst schon weiter laufen aber du kriegst halt die ganze zeit schaden abgezogen ja und irgendwann kann es halt nicht mehr laufen dann ja verstehe ich noch eine runde jetzt nicht mehr oder also für mich definitiv nicht weil ich wie gesagt noch ein bisschen was arbeiten muss hallo also ich hätte bitte dann wäre natürlich frage ob man dann noch mal drei zweier teams macht wenn das wirklich okay wer heißt das ja sicher das würde ich nicht schon ich kann umbringen passiert dann kann wir haben eine neue welt generieren auf dem server ne dann bin wir nicht die gleiche früher die v begraben wie bitte ne danke was wurde gerade gesagt nein ich habe es akustisch nicht verstanden ist die auferstehung irgendjemand hat gesagt dass so früher in ägypten die pharaonen begraben wurden und wir jemand anders hat gesagt dann müssten wir die welt neue generieren alles klar details bis protokoll so warte mal wo seid ihr jetzt alle also ich ich will gerade noch mal nachvollziehen wo ihr überhaupt runter ich glaube nicht aus wo seid ihr hallo ja ich habe auch versucht alle zu teleportieren aber naja ich bin sagen wir alle tschüss dann beende ich die aufnahme an der stelle tschüss tschüss tschüss